Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Darko Christitsch und ich unterstütze Fußballspieler in Deutschland, Österreich und der Schweiz im mentalen Bereich. Im heutigen Video haben wir ein Interview mit dem Stefan Schimantl. Wir haben über sein Leben, seine Karriere, seine Ups und seine Downs gesprochen. Stefan ist 21 Jahre alt und hat schon sehr, sehr viel in seinem Leben und seiner Karriere erlebt. Wenn du Fußballspieler bist, dann kann dieses Interview dir wirklich, wirklich weiterhelfen und ganz, ganz viel Mehrwert für deine Karriere kreieren. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Fußball-Metall-Technik-Podcast, lieber Stefan. Alles gut, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Für alle, die dich nicht kennen, ich werde dich mal kurz vorstellen. Also ist der Stefan Schimantl, der ist Österreicher, ist momentan 21 Jahre alt, ist Stürmer und spielt in der zweiten Liga Österreich beim SV Horn. Stefan, gestern ist etwas passiert, das uns alle betroffen hat. Eine Legende ist gegangen, Diego Armando Maradona. Jeder verbindet irgendetwas anderes mit ihm. Er hat viele, viele Momente gehabt. Für mich waren seine Aufzeichnungen von den Fußballspielen und auch seine Eskapaden sehr, sehr wichtig, weil in beider Richtungen ich ein Vorbild gesehen habe, wie ich sein will, wie ich nicht sein will. Du hast einen Instagram-Post gemacht mit, vor längerer Zeit, Die with memories, not with dreams. Ja, das habe ich richtig cool gefunden. Ich glaube, das hat der Maradona auf jeden Fall auch getan. Was verbindest du mit Diego Maradona? Ja, es ist eine absolute Legende. Vielleicht ein Vorbild in manchen Sachen eh, so wie du es gesagt hast. Er ist ein Vorbild in dem Sinn, was wir machen sollen und was nicht. Trotzdem finde ich, er hat den Fußball geprägt. Absolut, was der auf die Reihe gestellt hat. Natürlich sieht man auch dann, wenn der Druck zu groß wird oder wenn man sich darauf einlasst, was passieren kann mit Eskabaden, Affären, Drogen. Und absolut, dass man schaut, dass man nicht auf diese Schiene kommt. Aber es geht heute um dich, es geht um dein Leben, es geht um deine Karriere. Das ist etwas Freudvolles, auf das freuen wir uns alle riesig. Stefan, du hast eine sehr interessante Karriere. Du bist bis fünf, sechs Jahre zum SV Mattersburg gekommen. Du hast alle Akademiemannschaften durchgelaufen und auch dein Bundesligadebüt beim SV Mattersburg gefeiert. Also mal allergrößter Aspekt von mir, chapeau, in der heutigen Zeit ist sowas sehr, sehr unüblich. Dann kam natürlich zwangsweise der Wechsel, wir kommen dann später dazu. Aber wie war das damals als Kind, als fünf, sechsjähriger beim SV Mattersburg, da ging es ja nicht um Geld, da ging es ja nicht um keinen Steckwert, da ging es ja nicht um Anerkennung, da ging es nur um Fußballspielen. Wie war der Start? Ja, das war so, meine Eltern sind eigentlich aus Niederösterreich und wegen der Arbeit von meinem Papa sind wir dann nach Mattersburg gezogen. Ich bin dann, genau 1999 sind sie hin gezogen und ich bin 1999 geboren in Mattersburg. Und das war natürlich immer super. Ich habe immer ein Match geschaut mit dem Papa und, was weiß ich, WM und EM und alles. Und dann habe ich mir gedacht, ich will auch Fußball spielen und war ein absolut aktives Kind. Also meine Mama hat erzählt, ich habe nicht ruhig sitzen können. Man hat gesagt, ja, schickt man dich mal zum Fußball, Mattersburg, Bundesliga-Verein. Auch wenn es nichts wird, Hauptsache du spielst Fußball. Passt, ich gehe da hin. Erstes Training, ich glaube, war eine Stunde oder so mit Häschen, hat das noch geheißen, U6. Lauter kleine Kinder, ich habe direkt Freunde gefunden, alles. Das war richtig, richtig cool. Und dann war das Training aus und ich so zur Mama hörst, ich will weiterspielen. Was ist jetzt, das kann ich da aussehen. Bin ich daheim noch im Garten gegangen und habe noch weiter Fußball gespielt. Also so hat das Ganze begonnen, das war, ab dem Zeitpunkt war mir klar, okay, ich will das. Aber natürlich war es zu dem Zeitpunkt, war noch nicht klar, dass ich, da habe ich die Bundesliga-Mannschaft, ich habe keinen einzigen Spieler von Mattersburg gekannt. Ich habe nicht gewusst, wo Mattersburg jetzt ist oder so, in der Tabelle. Ich wollte einfach nur kicken. Ja, und so ist das dann immer weitergegangen. Und ab U10, U12, U14, da ist dann schon, da ist mir dann schon immer mehr klar, okay, ich will das hauptberuflich machen. Ich will mein Leben mit Fußball verbringen. Habe dann auch schon in der U12 mit den U14-Jährigen mitspielen dürfen, als Jüngerer. Und, ja, dann kam die Akte. Das war U15 dann. Das erste Jahr ist mir richtig gut gegangen. Also ich habe die Aufnahmeüberbrüffung ohne Probleme geschafft. War dabei, habe die ersten zehn Spiele sogar gespielt, von Anfang an. Ich habe ein, zwei Tore geschossen. Und die zweiten zehn Spiele im Jahr, in der Saison, waren dann, auf einmal war ich nicht mehr im Kader. Habe gar nichts mehr gespielt. Null. Und da habe ich dann das erste Mal gesehen, dass es im Fußball auch anders geht. Dass es nur nicht Spaß und Freude ist. Habe dann auch schon hinterfragt, ist das das Richtige? Aber ich habe da eigentlich noch nicht so darauf reagiert. Habe einfach weitergemacht. Passt. Schule nebenbei. Dann ist das U16 gekommen. Das sind auch wieder zwei Saisonen. Das waren 20 Spiele. Und ich habe kein einziges gespielt. Kein einziges. Okay. Außer die, okay, die letzten zwei. Da waren dann welche verletzt. Das ist der am Ende der Saison. Du kennst das, wenn keiner mehr spielen will. Urlaub naht und so, bla bla. Da habe ich dann gespielt. Gegen Rapid Akademie war das. Und auf einmal treffe ich. Passt. Ein U18-Trainer war auf der Tribüne zuschauen. Dann letztes Spiel der Saison. Wieder reinkommen. Wieder getroffen. Und dann ist es losgegangen eigentlich. Davor muss ich noch sagen. Ehrlich gesagt. Ich war kurz davor zum Aufhören. Ich habe schon mit Papa und Mama geredet. Wenn man 20 Spiele nicht spielt. Also. Ganze Akademiezeit eigentlich. Halbe Akademiezeit nicht spielt. Ich habe gesagt. Erst. Ich will das nicht mehr. Ich will Fußball spielen. Und nicht immer trainieren. Und dann. Beim Match einfach auf der Bank sitzen. Oder gar nicht im Kader sein. Und der Papa hat dann halt gesagt. Erst. Aufgeben. Du hast den Brief. Jetzt ziehen das durch. Wir machen die Akademie zu Ende. Und dann schauen wir was rauskommt. Da habe ich gesagt. Ja passt. Machen wir. Also. Meine Eltern haben mich extrem unterstützt. Jetzt noch. Und das bin ich auch ihnen sehr dankbar. Und. Ja. Wie gesagt. Dann ist es losgegangen. Auf einmal U18. Neuer Trainer. Das war Kroate. Der war. Ja. Das war Kroate. Das war. Sehr geil. Sehr geil. Ja. Ivo Smudler. Der heißt. Kennt man vielleicht eh. Krozener. Krozener. Das ist eine Legende. Wirklich. Der. Also. Der hat mich dann komplett gefördert. Dann habe ich jedes Spiel gespielt. Bin dann sogar in der Halbsaison gleich zu die Amateure rauf gekommen. Hab da dann mal schnuppern dürfen. Ja. Ja. Du hast ja dann. Das eigentlich. Den Traum. Dir selber fühlt. Und zwar das Bundesliga-Debüt. Bei deinem Verein. Es von Mattesburg gefeiert. Mit 19 Jahren. Das war glaube ich in Lars. Bist du reinkommst auf den Renner Renner. Wie muss du mal bitte mit auf die Reise. Was sind das für Emotionen. Wenn du mit 5, 6 Jahren. Zu einem Verein kommst. Bei diesem Verein. Alles durchläuft. Dann bist du kurz davor aufzuhören. Dass die ganzen schwierigen Phasen. Durchlebt. Bist du da durchgegangen. Hast weitergemacht. Und dann machst du wirklich das Bundesliga-Debüt für diesen Verein. Stefan, bitte nicht auf die Reise. Dieses Gefühl ist wirklich unbeschreiblich. Also kann ich da jetzt so gar nicht erzählen. Ich kann nur sagen. Ich war ein Jahr bei der Amateure. Auf einmal ist ging ich zack, zack, zack. Also kurz vorm Aufhören. Zu Bundesliga-Debüt. War so ein schmaler Grad. Das war arg. Und dann trainiere ich ein Jahr bei der Amateure-Spiel. Bis auf einmal sagt der Profitrainer erst, trainier bei uns. Der Baumgartner war das früher. Der jetzt bei Riedl ist. Dann hat es nicht lange gedauert. Ich glaube, Lask war das vorletzte Spiel in der Saison. Und dann sagt er erst, Schimi, komm her. Zieh dich um. Du kommst rein. Ich war nicht nervös. Nervös vielleicht ein bisschen angespannt. Aber ich war so vor Vorfreude. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also das ist ein Gefühl. Da waren noch Fans im Stadion. Das sieht er heute nicht mehr so. Und du siehst auf der anderen Seite vor der Tribüne und hinter dir deine Freunde, deine Freundin, deine Familie, alle. Du weißt, dass wir den Fernseher übertragen. Und dann komme ich da rein. Und man sieht, was passiert. Ich war zu motiviert. Erste Aktion gleich. In Bogata jetzt umgeschnitten. Gelbe Karte. Das war ein bisschen zu übermotiviert. Sehr geil. Aber so war... Du kannst kurz verlebt. Du drahtst dich gleich auf. Ja, kein Stress. So. Und hat schon wieder Energie. Sehr gut, sehr gut. Na, sehr cool. Sehr cool. Ich kann mir das vorstellen. Du bist ein junger Bub, bist 19, ist so viel wie ich lebe. Und dann schaffst du es und dann bist du natürlich voll motiviert. Am 28.07. Am ersten Spieltag der Saison 1920 hast du bisher einziges Bundesliga-Tor geschossen für Martinsburg. Der Jungverein, der Lebensverein. Was ist da mit dir passiert? Oder dann machst du das erste Tor. Und vielleicht nicht nur währenddessen, sondern wie war es dann danach zu Hause? Was gehen denn für Gedanken durch deinen Kopf? Was passiert da emotional? Nimm uns da mal mit. Also, das war das erste Mal, dass ich von Anfang an gespielt habe. Und gleich in der ersten Halbzeit, der Bürger Patrick schiebt meinen Ball rüber. Ich stehe allein vom Tor, brauche ich nur mehr einschieben. Und dann sind die Emotionen halt übergekocht. Ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind. Ja, dann haben wir noch gewonnen dazu. Das war super. Dann die ganzen Interviews und so. Also, das war wirklich eine Erfahrung. Die vergisst man nicht so schnell. Wie ich dann daheim war, bin ich das Erste, was ich gemacht habe. Nach dem Duschen umziehen, bin ich gleich einmal zu meinen Eltern gefahren. Die haben natürlich fast Tränen geweint, kann man sagen. Obwohl, es ist ja okay, es ist ein Bundesliga-Tor. Aber für mich ist das halt die ganze harte Arbeit. Und die ganzen 16 Jahre, was ich jetzt Fußball gespielt habe, zu dem Zeitpunkt. Es ist ja erstens, Entschuldigung, es ist unterbrech, erstens und zweitens, es ist ja dein Verein. Es ist ja dein Verein, wo du von Kindheitsalter dort bist und alles durchgemacht hast. Kurz davor warst, aufzuhören und dann das Debüt des Tor. Also, das ist sehr, sehr verständlich, dass du da so viel erlebt hast. Und dann kam leider der Sommer, der Zwangswechsel zum SV Horn, die Schließung vom SV Matersburg. Und deswegen mal gleich zwei Fragen hintereinander an dich. Wie hast du die Schließung vom SV Matersburg wahrgenommen? Und wie fühlst du dich jetzt gerade im Horn? Ist es das erste Mal, dass du bei einem neuen Verein bist? Ja, stimmt. Ja, also, das Konkursverfahren bzw. die Schließung war richtig, richtig überraschend. Also, von einem Tag auf den anderen hat es auf einmal geheißen, jetzt aus Matersburg gibt es immer. Da ist natürlich für mich auch irgendwie eine Welt zusammenbrochen. Also, das war halt doch mein Verein. Ich war nirgendwo anders. Ich hatte genug Angebote von anderen Vereinen und ich habe immer gesagt, nein, ich will bei Matersburg rein. Ich will bei Matersburg Profi werden. Ich will mich da durchsetzen und vielleicht, wenn irgendwann mal die Zeit kommt, einen Schritt weiter machen. Es ist halt schwierig. Wer weiß, was da hinter die Kulissen wirklich passiert ist. Ja. Aber jetzt bei Horn, also, ich fühle mich richtig gut, dass er, ich weiß nicht, ob das vielleicht das Glück ist, wenn ich, also, ob das so normal ist, dass ich, wenn ich wohin wechsle, mich direkt so einfühle. Also, ich habe, jeder Teamkollege ist richtig lauernd zu mir und ich auch zu ihnen. Wir verstehen uns extrem gut. Die Harmonie in der Mannschaft ist top. Jetzt mit einem neuen Trainer, da geht auch richtig was weiter. Also, das ist schon, das ist schon Weltkanzler. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Wir haben jetzt hier über deine Karriere gesprochen. Geh mal rein in dein Leben. Was war so außerhalb von deinem Leben dein höchster Up bis jetzt und dein tiefstes Down? Also, ja, mein höchstes Up war eindeutig der New York Urlaub mit meinen Eltern und meiner Familie. Also, wir haben dort, die Sau rauslassen nicht, aber wir haben halt einmal einen Teil der Welt gesehen, den du nur aus dem Fernseher kennst. Und das war für mich so ein Moment, wo du sagst, okay, du bist mit deiner Familie zusammen da, hast alles, was du brauchst. Die mangelt es nicht an irgendwas. Also, das war schon sehr schön. Aber auch der Moment, wo ich mit meiner Freundin, mit deiner jetzigen, meinen Hund das erste Haustier gekauft habe. Das ist eine kleine französische Bulldogge und die ist halt jeden Tag an deiner Seite, ist wieder ein bester Freund. Und das sind halt auch so Momente im Leben, die ich brauche. Na, ich bin mir Freitag überlegen schon seit, glaube ich, zwei Monaten, da muss ich einen Hund zulegen. Es ist immer mal pro, manchmal kontra, aber in letzter Zeit haben wir viele, viele Zeichen, was wir machen sollen. So wie du jetzt auch gerade. Es ist halt eine Aufgabe, aber sie gibt mehr zurück, als nimmt. Aber sicher super Training auch für Kinder, oder? Ja, das ist absolut. Da bin ich mir noch nicht zweit als Fels zu lernen, aber es ist schon fast wie ein Kind, stimmt der. Okay. Stefan, was sagst du generell vom Mentaltraining? Was ist so deine Meinung zum Mentaltraining? Und auf einer Skala 1 bis 10, wie wichtig findest du Mentaltraining im heutigen Fußball? Ja, ich finde es schon sehr, sehr, sehr wichtig, weil man kann mit dem Mentaltraining, glaube ich, die letzten Prozent rausholen, die man braucht. Sicher ist, der Ronaldo hat es gut gesagt, Talent reicht nicht aus. Wille und Stärke, Ehrgeiz, das schlagt Talent allemal. Und den Willen und den Ehrgeiz, wenn man nicht so ein Mensch ist, der das von Haus aus hat, finde ich das, glaube ich, sehr vernünftig, wenn man sich einen Mentaltraining nimmt, der einem da auf die Sprünge hält. Und so von einer Skala 1 bis 10, wie wichtig findest du das im heutigen Fußball? Im Fußball ist vielleicht sogar eine 8, 8, 7, 8. Das Problem ist aber auf dem Mentaltraining, vor allem in der heutigen Zeit, dass viele, viele Sportler oder Fußballspieler glauben, das ist so eine Art Psychotherapie. Aber der große Unterschied zwischen Psychotherapie und Mentaltraining ist, dass Psychotherapie, mit der in die Vergangenheit geht, irgendwas auflöst, was damals war, damit du jetzt glücklich bist. Geht ja mir am Arsch vorbei. Ich gehe mit dir von der Gegenwart jetzt in die Zukunft, die du haben willst und jetzt schneller und sicherer. Und Fußball wird einfach zu 95 Prozent über den Kopf gespielt. Und da gibt es so viele Areale im Kopf, da gibt es so eine Macht vom Geist, die wir von Gott, vom Leben bekommen haben, die wir aber nicht nutzen. Warum? Weil wir keine Bedienungsleitung bekommen haben. Und Spieler, die damit anfangen, potenzieren das hundertfach ihre Leistung und natürlich auch ihr Glück im Leben. Ich finde das natürlich als Fußmomental sehr wichtig. Stefan, dann machen wir ein kleines Wort-Rap, wenn es euch okay ist. Drei bis fünf Sekunden für Antwort. Bist du bereit? Okay, ja. Lieblingsmannschaft? SV Horn. Lieblingsspieler? Riccardo Careschma. Lieblingstrainer? Klaus Schmid. Corona ist? Arsch. Fußball ist? Mein Leben. Energie tanke ich? Im Urlaub. Als Kind wollte ich? Fußballer werden. Das kann ich gar nicht leiden. Egoistische Menschen. In zehn Jahren möchte ich? Champions League spielen. 2021 wird? Besser als 2020. Der Darko ist? Ein richtiger Ehrenmann. Danke dir für dieses geile Komme. Sehr, sehr cool. Stefan, möchtest du noch irgendetwas unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Möchtest du irgendwas loswerden, was sich noch in dir brennt? Ja, es ist extrem wichtig, vor allem im Fußball, dass man nie seinen Fokus verliert, dass man egal was kommt, Verletzungen, der Trainer stellt einen nicht auf, man spielt nicht, man weiß nicht warum, dass man dann nicht seine Linie verliert, dass man einfach weitermacht, an sich selber arbeitet, egal was die anderen machen und das bringt einen zum Erfolg. Man muss an sich selber vertrauen und geduldig sein. Das habe ich gelernt. Bis jetzt. Okay, super. Danke dir, Stefan. Danke für deine Zeit. Danke für deine Energie und vor allem danke, dass es dich gibt. Danke. Sehr gut, danke.